Herzlich Willkommen verehrte Zuschauer hier zu diesem weiteren Video. Kurz nochmal vorab, bevor ich zum Thema komme, noch einmal kurz zu diesem T-Shirt hier, bevor einige Leute wieder fragen, das gibt es bei mir in meinem Online-Shop zu erwerben. Der Link dazu ist in der Beschreibung, also schaue ich das gerne einmal an. Dann komme ich jetzt direkt auch zum Thema und zwar kann man ohne Übertreibung sagen, dass die ganze Welt auf die Show in Anführungszeichen wartet. Genauer gesagt auf die schon seit Monaten groß angekündigte ukrainische Gegenoffensive, die ja eigentlich, wenn wir jetzt den Ankündigungen der letzten Monate Glauben schenken würden, eigentlich schon längst hätte beginnen müssen. In großer Zahl gibt es auch jetzt gerade Publikationen zu diesem Thema in den westlichen Propagandamedien, von wegen wann kommt sie denn endlich, wann geht es endlich los. Also wie gesagt, wie bei einer Show. Und wie viele Menschen dabei sterben, wie hoch die Verluste sein werden, ist dabei völlig egal. Hauptsache es gibt die Show, denn die Eintrittskarten sind schon bezahlt, das Publikum sitzt schon auf den Plätzen und alle warten sehnsüchtig, bis die Show endlich beginnt. Und genau deshalb bin ich auch fest davon überzeugt, dass diese Offensive definitiv auch kommen wird. Nicht weil das Kiewer Regime und seine Armee jetzt darauf so gut vorbereitet sind und die Erfolgsaussichten so dermaßen hoch sind, sondern ganz einfach deshalb, weil der Westen dafür inzwischen schon sehr viel Geld hat springen lassen. Und jetzt will man halt die Ergebnisse sehen. Also der Westen lässt dem Kiewer Regime nun keine andere Wahl mehr. Das heißt also, sie müssen auf jeden Fall nach vorne, auf jeden Fall diese Offensive starten. Ob sie darauf jetzt so gut vorbereitet sind oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und wie hoch die Verluste dabei sein werden, ebenfalls nicht. Noch können ja die verschiedenen Vertreter des Kiewer Regimes das Wetter als Ausrede benutzen, warum es jetzt noch nicht losgeht. Aber das wird jetzt in den nächsten Wochen auch nicht mehr ziehen, spätestens dann, wenn der Sommer kommt. Aber wie gesagt, die Gegenoffensive wird definitiv kommen aus meiner Sicht. Wie erfolgreich sie allerdings sein wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.